Das Frühjahr und der Sommer. Nicht nur Sonne und blühende Landschaften, sondern auch eine Zeit, die viel Ungeziefer und Parasiten auf den Plan ruft. Gerade für Katze und Hund wird es besonders kritisch, da im hohen Gras und in weiten Wiesen gefährliche Blutsauger auf ihre Opfer warten. Die Rede ist von Zecken und Flöhen. Wir bei BAFA bieten Lösungen zur erfolgreichen Ungezieferbekämpfung an und zeigen ihnen, wie Zecken und Floschutz einfach und systematisch funktioniert. Drei Schritte für den langfristigen und kompletten Rundumschutz ihres Hundes oder ihrer Katze. Im ersten Schritt, dem Ungeziefer freimachen, ist es wichtig schnell Abhilfe zu schaffen und ihren Hund oder ihre Katze von Zecken und Flöhen zu befreien. Hierfür bieten wir bei BAFA eine weitreichende Produktpalette unterschiedlichster Anwendungsformen, wie zum Beispiel ein geräuscharmes Puder, ein zielgenaues Spray oder unser Flohschutz Shampoo. Das Einschampoonieren des Vierbeiners sorgt für sofortige Vernichtung des Ungeziefers am Tier. Da diese Methode allein aber keinen langfristigen Schutz vor Parasiten bietet, gilt es unbedingt Schritt 2 zu beachten. Im zweiten Schritt, dem Ungeziefer frei halten, ist es wichtig, ihren Liebling einen dauerhaften Schutz gegen die lästigen Blutsauger zu verschaffen. Das Zecken- und Flohband von BAFA hat zum Beispiel eine 8 Monate Langzeitwirkung und bekämpft Ungeziefer dort, wo es in Kontakt mit dem Wirkstoff des Bandes kommt. Eine andere, nicht weniger effektive Methode der kontinuierlichen Lästlingsabwehr sind die BAFA Spot-On-Präparate. Die BAFA Spot-Ons für Katzen und Hunde arbeiten nach dem Vorbild der Natur. Die gut verträglichen Tropfen verteilen sich unsichtbar im Fell ihres Tieres und bieten bei regelmäßiger Anwendung einen dauerhaften Schutz vor Zecken und Flöhen. Im dritten Schritt, der ungezieferfreien Umgebung, ist es wichtig, nachhaltig für eine schädlingsfreie Umgebung ihres Heimtieres zu sorgen. Wissen Sie eigentlich, dass sich zum Beispiel der größte Teil einer Flohpopulation gar nicht auf dem Tier selbst, sondern in dessen Umgebung aufhält? Aufenthaltsorte wie Liegeplätze, Teppiche, Decken, Polster, Kissen, Ritzen und so weiter sollten bei einem Flohbefall regelmäßig gereinigt und gegen Parasiten behandelt werden. Um der Plage auch in schwer zugänglichen Stellen Herr zu werden, können Sie die zielgenaue Sprühvariante Protecto Plus verwenden. Die Protecto Umgebung Sprays vom BAFA arbeiten übrigens mit doppelten Nutzen. Ausgewachsene Flöhe sterben sofort ab und die Entwicklung vom Ei zur Larve wird gestoppt und damit die explosionsartige Vermehrung der Flöhe unterbunden. Mit dem Protecto Fogger vom BAFA sorgen Sie auf Knopfdruck für eine flohfreie Umgebung. Diese Art der Bekämpfung ist daher sehr effektiv, weil die Wirkstoffe im Sprühnebel des Foggers auf alle Oberflächen in der Umgebung gelangen. Sie sehen, für einen effektiven und wirkungsvollen Zecken- und Flohschutz ist die systematische Vorgehensweise unabdingbar. Hierbei hilft die sinnvolle Kombination der unterschiedlichen Produkte zur Ungezieferbekämpfung von BAFA. Ihr Tier wird es Ihnen danken. BAFA – für eine bessere Tierwelt